Es war ein Produkt der deutschen Wirtschaft, das unter dem Motto und er läuft, er läuft und er läuft bekannt geworden ist. Klar, der Käfer, den gibt es so in der Form erstmal nicht mehr, aber den DAX, den gibt es immer noch. Und der macht das dem Beatle, dem Käfer da tatsächlich nach, denn er rennt und rennt und rennt und er kennt überhaupt gar kein Halten mehr. Irgendwann wird das Ganze dann doch irgendwann in eine Korrektur dann münden. Also wir dürfen nicht davon ausgehen, dass es jetzt nur noch nach oben geht, aber wir sehen ganz klar, wir sind in einer richtig tollen Aufwärtsbewegung und dementsprechend gibt es da nicht viel zu maulen, sondern eigentlich nur entweder auf kleiner Ebene reinzukommen, um zu sagen, ich will möglichst wenig verpassen oder eben, wenn man eine Ebene größer mit dabei sein will, dann abzuwarten. Der nächste Rücksetzer, die nächste Chance, die wir bekommen, nochmal ein bisschen günstiger reinzukommen, die nutzen wir. Und günstiger reinkommen ist nicht zwingend, dass es billiger ist, denn wenn ich jetzt hier den Hochpunkt nur mal annehme und wir dann so eine ABC-Korrektur, jetzt machen wir es aber auch adäquat groß, also eine ABC-Korrektur so ziemlich so auf die Hälfte oder 38er-Marke, dann wäre das hier der Einstieg auf dem Niveau, das ist das Aktuelle. Ja, super, kriegen wir es ein bisschen günstiger. Das ist aber noch gar nicht die Show, denn theoretisch kann es ja auch sein, dass der Kurs erst nochmal ein wenig weiter steigt, bis das passiert und anschließend bekommen wir die Korrektur und dann ist vielleicht dieser Einstieg ja sogar noch ein bisschen höher als das. Das mag schon sein, aber wir hätten dann anhand dieser korrektiven Struktur ein sinnvolles Stopp-Niveau und das ist sicherlich viel wertvoller, als wenn wir sagen, was sollen wir das Ganze stoppen, hier oder 78er oder irgendwo hier. Also es geht nicht so sehr beim Einstiegspreis um dieses Niveau, ob das ein bisschen höher oder ein bisschen niedriger liegt, sondern aus Händlersicht, nicht aus Investorensicht, aber aus Händlersicht geht es mehr darum, wie ist das in Relation zu der Stopp-Weite. Diese Stopp-Weite beispielsweise ist viel unattraktiver als der höhere Einstiegspreis mit einer viel engeren sinnvollen Stopp-Weite. Also insofern ist das zwar teurer, aber dieser engere Stopp bietet mir die Möglichkeit, vielleicht zweimal so viele Kontrakte zu kaufen, denn ihr seht, das ist dann so halbwegs in der Mitte und wenn ich zweimal so viele Kontrakte auf diese Bewegung eben habe, die dann sich danach anschließt, dann ist der Wumms mit Sicherheit größer. Das ist ein Grund, warum wir gerne warten auf diese Gelegenheiten. Die gibt es ja immer wieder, die haben wir hier im Kleinen gesehen. Das ist ja so die olle Geschichte, über die wir ja schon ganz häufig gesprochen haben. Das ist allerdings Anfang Oktober gewesen. Nur was im Kleinen funktioniert, was auch im ganz Großen funktioniert, hat natürlich auch irgendwann mal eine realistische Chance, im Mittelgroßen zu funktionieren. Also dass früher oder später dieser Rücksetzer kommt und wenn der eben kommt, dann uns eben das zu ermöglichen. Dafür gibt es aber aktuell überhaupt gar keine Anzeichen beim DAX und dementsprechend ist das tatsächlich etwas, was abzuwarten ist. Wer es nicht abwarten kann, der muss halt auf kleineren Ebenen gucken, ob man da einen Einstieg findet. Im Moment sind wir da energiebewusst nach rechts. Immerhin geht es nicht nach unten, aber es wäre mal gar nicht so schlecht, wenn wir uns da ein bisschen entspannen. Die Amerikaner, die sind da viel besser drauf. Die entspannen nämlich schon ganz kräftig und das ist eigentlich ganz hübsch von der Bewegung, die wir jetzt hier haben. Die ist nämlich nahezu vorbildlich, kann man schon fast sagen. Ich gehe mal hier auf den 15 Minuten, da sieht man es doch besser. Da habe ich es gerade für euch umgestellt. Machen wir es doch aber wieder an. Die Bewegung, die wir hier haben, die ist eigentlich ganz klassisch. Die ist relativ stark. Man kann das so ein bisschen abschätzen an diesen schwachen Gegenbewegungen, die starken Bewegungen, die wir hier haben zwischendurch. Und jetzt guckt euch mal diese Aufwärtsbewegung an und mit den vielen, vielen Gegenbewegungen, die sich überschneiden. Und das lässt eigentlich vermuten, dass wir das, was wir hier vorne haben, hier hinten nochmal bekommen. Also, boah, nochmal nach unten? Ja, aber das wäre doch gar nicht schlimm. Diese Bewegung, die wir hier haben, malen wir sie mal da drüben auch mit rein, die würde uns hier nichts anderes als so eine ABC-Situation geben. Naja, gut, eine ABC. Lass den armen Kerl doch auch mal zwischendurch eine Pause machen. Der kann ja danach weiter steigen. Also, ihr seht, das, was hier in diesem Modus vielleicht noch dramatisch aussieht, wo man sagt, finde ich gar nicht so schön, wenn er das macht. Das ist eigentlich fast das Wunschszenario, was wir haben für eine Korrektur, das uns dann eben entweder hier im Kleinen wieder Einstiegsmöglichkeiten gibt oder dann im Großen, wenn man die Fortsetzung dann eben so entsprechend aufnehmen will. Ihr seht also, der Dow Jones ist da fast schon mustergültig und eben aktuell nicht so richtig auf der Long-Seite. Es ist zwar jetzt nicht geschriebenes Gesetz, dass dieses Kursniveau hier erreicht wird. Wer das nicht lesen kann, 35.650, das ist jetzt allerdings der Dow Jones Future, also ein bisschen abweichend vom Index. Oder falls ihr das Ganze mit irgendwelchen anderen Produkten euch anguckt, dann müsst ihr natürlich das entsprechend vergleichen, ob das dann dem Future-Kurs entnommen wird oder irgendwie sich anders herrechnet. Aber trotz alledem, also das wäre so die Bewegungsrichtung, die typische Bewegungserwartung, die beim Dow Jones eigentlich gar nicht so unpassend jetzt nachvollziehbar wäre. Also eher die Abwärtsseite. Und wenn ich mir auch so die letzte Geschwindigkeit angucke, also Geschwindigkeit haben wir mehr nach unten und nach oben, mehr wackelig, mehr dieses A, B, C, wackelig in irgendeiner Form. Also ihr seht das hier, manchmal kann man das besser auf einer höheren Auflösung erkennen, wenn es so mehrfach wackelt, überschneidend in die Gegenrichtung, manchmal ist es A, B, C, sowas in der Richtung, dann hat man da was. Das ist nicht immer perfekt, also nicht, dass ihr davon ausgeht, das ist immer super, immer ganz klar und sowas. Aber wenn es klar ist und wenn es deutlich ist, dann einfach mal so eine Gelegenheit nutzen. Dafür sind sie ja da. Der S&P 500 ist da ein bisschen anders gestrickt, denn der hatte zwar seine Abwärtsseite, die ist auch relativ zügig vonstatten gegangen, allerdings auch vielleicht gerade mit Überschneidung, ohne Überschneidung. Aber wenn ich mir die Aufwärtsbewegung angucke, mit der Pause hier, mit der Pause hier, dann sieht das schon eigentlich eher nach einer klassischen fünffälligen Bewegung aus, die wir hier haben. Zumindest mal im Grobeindruck hat man den Verdacht, dass das vielleicht sogar eine Haupttrendrichtung ist. Und dann lass ihn doch mal ein Päuschen machen. Dann, also vielleicht ist das, was der Dow etwas mehr nach unten macht, das, was wir beim S&P eben so ein bisschen mehr zur Seite eben bekommen. Und dann werden wir mal sehen, ob sich das danach fortsetzen lässt, also nach der gleichen Manier, na nie hoffentlich nicht nach einer Manier, wie wir das hier im Vorfeld dann eben oder im Generellen immer wieder hatten. Schübe nach oben, danach die Korrektur abwarten und der nächste Bruch hier auf der Oberseite. Also ich bin, was den S&P angeht, wesentlich weniger empfindlich, was die Abwärtsseite angeht. Das ist aber ein bisschen eigenartig, weil der Dow Jones eben nach unten geht und auch der Nasdaq noch nicht sich so richtig entschieden hat. Denn auch hier haben wir eine Aufwärtsbewegung. Die ist allerdings, anders als beim S&P, dann doch ganz schön überschneidend wieder. Was hat er denn vor hier? Das ist schon doof. Allerdings nicht überall überschneidend. Hier ist es jetzt auch wieder so ein bisschen besser. Es lässt hoffen, es lässt vermuten. Naja, vielleicht ist das auch beim Nasdaq hier eine Bewegung, die schon in dieser neuen Richtung eben unterwegs ist. Da ist allerdings das große Fragezeichen noch gesetzt, ob das tatsächlich so ist. Aber selbst wenn es die Aufwärtsrichtung ist, auch dann bräuchten wir hier mal eine Korrektur. Und diese Korrektur würde uns ja wieder Einstiegssignale bieten, um dann eben die Longseite fortzusetzen. Das heißt, wir müssen gar nicht so groß raten oder enttäuscht sein, solange der Kurs nicht hier drunter geht. Also im Sinne von dieser Aufwärtsbewegung wird jetzt unterbrochen an der Stelle und wir sehen jetzt doch nochmal das. Das ist nicht von der Hand zu weisen, aber dann haben wir hier ein gutes Signal als Tritt in den Hintern, so von wegen, als geht es doch nochmal einmal tiefer. Wir müssen mit einem Unterschreiten dieser Marke nochmal rechnen. Wahrscheinlich kriegen wir sogar hier im Nahkampf dann sogar nochmal einen Verlauf, der eher dann so aussieht. Also scharfe Richtung runter, wackelig nach oben, so ähnlich wie das hier vorne ja auch war, scharf nach unten, wackelig nach oben, so ganz grob zumindest mal gesehen, wäre das denkbar. Wenn wir allerdings nur wackelig runterkommen, vielleicht das gar nicht mal mehr triggern, aber das hier vor allen Dingen sehr wackelig ist, dann können wir natürlich die entsprechenden Brüche hier dann für die Oberseite dann wieder nutzen. Also ihr seht, es ist ein ständiges Hin und Her. Viele sagen dann, ja, aber das ist so unstrukturiert, das ist mal long, mal short, und je nachdem, wie es einem gerade reinpasst, ja, nicht wie es mir reinpasst, wie es dem Markt reinpasst. Es geht ja nicht um mich als Händler, es geht um das, was die Marktteilnehmer machen und da muss man flexibel sein. Und wenn ihr sagt, ja, aber so flexibel bin ich nicht, ich kann ja nur abends, dann müsst ihr, müsst ihr nicht auf den 5-Minuten-Chart gucken, dann könnt ihr das gleiche Verfahren anwenden, aber vielleicht im 4-Stunden-Chart oder vielleicht im Tageschart. Oder wenn ihr sagt, ich trade lieber alle paar Wochen mal, dann im Wochenchart. Das Prinzip bleibt grundsätzlich schönerweise das gleiche, also lasst euch da nicht Kirre machen, denn wenn ihr jetzt im Längerfristigen unterwegs seid, dann stört euch das ja unter Umständen auch nicht, wenn der Markt nochmal so ein bisschen eben runterkommt und sagt, naja, wenn ich rauszoome, stelle ich fest, ist halt just another, ja, Korrektur hätte ich fast gesagt. Ich hätte jetzt fast ein Schimpfwort gesagt, das lassen wir mal weg. Es ist halt eine ganz andere, eine weitere verdammte Korrektur, die wir jetzt hier haben. Aber die stört mich dann als übergeordneter Händler nicht. Als Trader, der vielleicht auch Intraday oder so mehrere kurze Tagestraden machen will, also die auch vielleicht über ein, zwei Tage dann gehen, dann muss man das ja nicht unbedingt aussitzen, wenn sich das hier eben abzeichnen lässt in diesem Bild. So, damit habt ihr so ungefähr so einen Eindruck bekommen, wie wir im Moment da ticken. In dieser Sekunde haben wir eigentlich kein klares Einstiegssignal, dass ich sagen kann, das müsste ich euch jetzt schicken. Ich hatte euch vorhin ja schon Gold mal zukommen lassen. Ihr habt es vielleicht gesehen als eine Idee, was man machen kann. Das war zwar nicht nach dieser Überlegung, das war nach dem Bornbaas, also nach diesen Ausbruch-Situationen. Aber für alle, was mit dabei in allen möglichen Märkten, ihr kennt das ganze Prozedere ja. So, in diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute, liebe Grüße und bis zum nächsten Beitrag. Ciao, ciao.